Meine lieben Badfreunde, wir sind heute hier in der Türkischen Republik Deutschlands. Ihr kennt ihn vielleicht, der Dennis ist jemand, den ich kenne schon seit 2014, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wir haben uns getroffen, natürlich nur um dieses Video für euch zu machen. Ja, das andere Video habe ich nicht vergessen, Junge. Eigentlich? Du kriegst ihn auf Strafe von mir. Ja, was machen wir heute? Ich habe was vorbereitet. Wir spielen heute nicht Wahrheit oder Dicht, sondern wir spielen heute Wahrheit oder Pflicht. Weil der Dennis ist ein sehr gläubiger und streng religiöser Muslim. Und deswegen darf er keinen Alkohol trinken, darf keinen Sex vor der Ehe haben und darf auch kein... Doch, 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 doch! Ich habe ein paar Fragen dabei, viele davon kenne ich noch nicht. Einige habe ich aber selbst auch mit aufgeschrieben. Und die werden abgearbeitet. Wir machen erstmal Schnick, Schnack, Schnuck. Also Schere, Stein, Papier. Der, der gewinnt, darf die allererste Frage stellen. Und wir gehen die Liste von oben nach unten ab. Und wenn man eine Sache nicht beantworten möchte oder kann, dann habe ich ein paar kleine Zettel mit Aufgaben. Und da müssen wir dann aussuchen, welche Aufgaben wir machen müssen. Warte mal, warte mal, wir haben einen Besuch. Thomas, komm! Thomas? Hier ist ein Deutscher. Er ist seit 20 Jahren in Deutschland. Er kann besser Türkisch als ich. Ehrlich? Ja. Thomas, komm! Er sieht nicht mehr aus wie ein Deutscher. Oder, Thomas? Nein. Oh ja? Ziehst du Schücher? Einmal ziehen. Schere, Stein, Papier. Oh man! Ah, Stein, Papier. Das hinten ist Schere, Stein, Papier. Ah, Mann! Okay. Also du darfst die erste Frage stellen. Jawohl. Okay, Junge. Ich weiß, dass du ein schummelsiger Mensch bist. Deine Hand ist immer in deinen Eiern. Du musst immer Handwerk machen. Du musst immer deine Hände waschen gehen. Sag mal, hast du schon mal mit deinem Arsch gespielt und dann gerufen? Ich weiß es natürlich nicht. Genau aus dem Grund möchte ich einfach eine der Aufgaben machen. Was? So, du musst jetzt einen Zettel aussuchen. Egal welchen, nur einen. Okay, Thomas, mach mal so. Und was muss ich da machen? Unsere Besuch? Nur einen Zettel. Alter, was ist das? Ich muss eine meiner Lieblingsszenen aus irgendeinem Film nachspielen. Du scheiße. Okay, Alex. Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Ist zwar nicht meine Lieblingsszenen, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Jan! Ja, es wird eine Lieblingsszenen. Oh, Jack! Oh, Jack! Oh, Jack! Ja, Jack! Dennis. Dennis, wie alt war die älteste Frau, mit der du jetzt Sex hattest? Muss ich das jetzt sagen? Das musst du sagen, oder? Echt? Oder du willst das nicht, dass das auf dem Kanal ist? Nein, nein, nein. 42. 62? 42, Mann! Okay, Alex. Meine Frage kommt. Mal ziehen, wie du siehst. Du brauchst, glaube ich, gleich. Hast du schon mal eine Frau von einem Freund von dir? Und den Namen bitte. Das ist gemeint. Das ist gemeint. Das ist gemeint. Bitteschön, einen Settel ziehen. Ich zieh selbst, Alter. Ich zieh freiwillig, Mann. Ach du Scheiße. Jetzt, Leute, habt ihr gehört? Pass auf, gut auf. Eine gute Freundin von euch. Ich muss jetzt mir eine Person suchen und ihr einfach nachmachen. Ich muss sie kopieren. Das Beste ist, du darfst aussuchen. Alter, ich liebe dieses Spiel. Was macht jeder für harte Sachen? Dann fliegst du mal und ich geh weiter. Okay. Ich finde es. Schönen Abend noch. War es gut? Dir macht es gut. Wird noch besser. Wird noch besser? Ich hau lieber auf. Ich schau mir das später an. Dann bin ich gespannt. Jetzt. Siehst du diese Kellner? Alex? Okay, Alex. Willst du einen Kellner nachmachen? Auch unten? Aber welcher Kellner? Wir geben uns einen Barman, Mann. Nicht einen Kellner. Alter, meine Wünsche. Musst du machen. Alter, ich kann mich doch nicht hinter die Bar stellen, Alter. Ich kann mich doch nicht hinter die Bar stellen? Ja, ja. Ehrlich jetzt? Soll ich das machen? Ja. Kriegen wir da? Ach, das ist mir eigentlich auch egal. Wer erger kriegen. Du arbeitest hier, Alter, nicht ich. Das war bei diesem Moment. Und dann erstmal ein paar Mal an. Wir sind auf dem, Alter. Wenn ich auf die Lande bekommen habe. Geker, wenn ich das einstein, kann ich so. Haha. Ja. Haha. Servus! Servus! Ball! Nein, was ist denn? Denkst du abnehmen? Ich hab keine Ahnung, was er sagt. Wir haben ja zusammen in einem Hotel gearbeitet, Dennis. Mit dem Ali Bey. Du sagst mir jetzt, welches für dich die geilste Frau war, mit der du niemals schlafen konntest. Wie die heißt? Ja, das war's. Wenn es dir nicht einfällt, kannst du auch so eine Aufgabe machen. Aufgabe? Nein, bitte nicht. Also, wir gehen jetzt in den Marketer hin. Und dann suchen wir, dann suche ich was aus, was richtig beschissen ist, also was du eigentlich gar nicht brauchst. Dann handelst du mit dem, weil du das unbedingt haben willst. Aber du handelst nicht für günstiger, sondern du handelst, damit er das teurer macht. Und wer besandt dann? Ach du Scheiße! So, Dennis, du darfst jetzt handeln. Alle Türke kann handeln. Ja, nach unten ja, aber nach oben hab ich noch nie. Dann suchen wir was aus, was richtig scheiße ist. In diesem Markt. Der einzige, der noch offen hat wahrscheinlich. Ja, das ist alles. Du kannst dich mal ein bisschen um. Dann kannst du dich mal um. Äh, äh... Hey Loli. Loli ist ja gut. Du fragst jetzt wie viel... Nee, noch besser! Hier, dieses Katzenkopf! Das war's! Hahaha! Dennis nimmt diesen Katzenkopf. Und jetzt fragst du wie toll das ist auf Türkisch? Abi, bu ne kadar? Onlar 5 lira. 5 lira, aber? Sag, das ist dir zu billig, du bezahlst gerne... Du bezahlst gerne das doppelte. Ne kadar? 10 lira, aber? 2,5 lira. 10 lira da. Ja. Nicht 5, 10 Türkisch lira, ja? Türkei Pahne. Joch, abi, joch. Sag, das ist jetzt zu günstig, du möchtest 15. Aber das ist aber so billig. Können wir das nicht 15 machen? Und möchtest du das mal haben? 20? 20? Okay, kauf. 20? Okay. Jemalere Mama. Jemalere Mama. Jemalere Mama. Das ist halt Erkenntnis oder Zöller, die Jemalere. Und jetzt sagst du bitte noch... Du bist ja... Jetzt sagst du bitte noch auf Türkisch. Du bist nicht dumm, du kannst handeln. Ja, ich kann doch handeln, Junge. Na dann sag es doch. Ich bin ein Türke. Ich beteile gut. Ja, bitte. Ja, bitte. Super! Das war das beste Geschäft deines Lebensmann. Guck mal, die Jungs sind zufrieden, Alter. Ja, ja. Sind lange zufrieden, ja? So kann man gutes Geld verdienen. Ja, ja. Komm öfters vorbei. Ja, da brennst du denn. Ja, die brauchen wir. Ja, die brauchen wir. Wie hätte das noch mal gekostet? Das war ein Türkischterer, Junge. Ich hab 20 bezahlt. Du blöde Kuh. Komm, meine Frage gleich. Aber erst einmal musst du mal diese Scheiße abnecken. 20 Cent, aber hab ich Füße bezahlt. Kann ich schon. Vielleicht ist ja was passiert bei dir beim Sex. Mal und wo und wie? Alter. Warum willst du immer mit wehen? Naja, okay. Das ist ja meine Frage. Es war richtig dunkel. Seitdem hab ich keinen Sex mehr im Dunkeln. Die ist mir entgegen gekommen mit dem Kopf. Auf einmal merk ich, dass es warm wird im Gesicht. Und sie sagt zu mir, Alter, du schwitzt total viel. Und ich denk so, hey, ich schwitze doch gar nicht. Was ist denn los? Dann machen wir das Licht an. Alles voller Blut, Alter. Ihr ganzer Körper voller Blut. Meine Nase läuft. Wir ins Bad gelaufen. Ich die Nase abgetupft. Hat das Handtuch im Gesicht. Dann sagt sie, ja, können wir weiter machen. Ja, Dennis. Möchtest du freundlich deine Aufgabe machen? Ich? Schau mal auf das Inseite. 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 Okay, du hast doch keine Ahnung, was da steht. Das ist nicht die Wahrheit. Oh, das ist gut. Nummer. Du musst jetzt von einer Person durchaus über die Telefonnummer bekommen, Alter. Ach, du Scheiße. Hier geht's jetzt zu einem von den beiden. Wasserbitteln. Lass dir vorbeigehen, weil dann kannst du dir für ein Lüspaket. Dennis muss jetzt dort die Telefonnummer klar machen. Schnell. Oh, Mann. Das war richtig, das war peinlich, Mann. Ich muss den Polizei anrufen. Ehrlich? Ja. Okay, erklär mal, erklär mal. Wie war's genau? Ja, ich hab gesagt, ich brauche nicht mehr von euch. Ich brauche nicht mehr von euch? Wenn ich Langeweile habe, dann muss ich mal jemanden anrufen. Hast du echt gesagt? Ich hab 2.000 Minuten im Freie Ausland anrufen, hab ich sie gesagt, aber sie wollten nicht gehen. Und was haben Sie gesagt genau? Lass mich in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei an. Sofort? Ja, sofort. Ach, Quatsch. Und, Alex, erzähl mal deine größten Fälle in deinem Leben. Alter, das ist der Kranz. So sein muss ja, ja. Ja, du hast mir keine Gedanken gemacht. Was war das? Ich muss so einen richtig hässlichen Selfie machen, einen richtig hässlichen und bei Facebook hochladen. Ha, ha, nicht. Hast du eine Idee, wie es aussehen muss? Ha, 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 natürlich. Oh, nein, nein. Ja, Dennis. Aufgabe oder Frage? Frage. Aufgabe, okay, zieh eine Aufgabe. Du Scheiße. Dafür mach ich dann auch eine, okay? Okay. Du musst jetzt eine Person in deiner Telefonliste anrufen, die du mindestens, mindestens ein Jahr nicht gesprochen hast und musst dir ein frohes neues Jahr wünschen. Warte mal. Mindestens ein Jahr und dann wünschst du ein frohes neues Jahr? Genau. Der ist doch Quatsch. Richtig? Hab ich lange nicht gesehen. Ach du Scheiße, es ist 2 Uhr jetzt. Oh nein! 2 Uhr in der Nacht. Scheiße. Sie geht nicht dran. Andere Person. Scheiße. Ich hab noch angerufen. Die Uhrzeit ist natürlich scheiße, ne? Ja, Uhrzeit ist scheiße. Warte mal. Du stand eine Stunde vor, ja? Das macht auch keinen Unterschied, Alter. Ja, doch. Hey, Kelly. Hi. Schlippst du? Noch nicht. Noch nicht? Ah, doch ganz schön. Was machst du? Ich lieg im Bett. Wo bist du? Bei Papa oder bei deinem Freund? Bei mir. Bei dir? Ich weiß nicht, wo bei dir ist. Was? Ich hab meine eigene Wohnung. Eigene Wohnung? Was? Und hast du mir dein Adresse nicht gegeben? Du hast auch nicht gefragt. Ach man, was für eine Fälle hab ich gemacht. Ja, ich schreibe mir deine Adresse, ja? Nachher? Ja, das hab ich schon mal gut. Was ist da bei dir? Was? Bist du allein? Nein, mein Freund. Deine Freund da? Ja? Ja? Ach scheiße, was hast du an? Ein Tag. Okay, Entschuldigung, das war die falsche Frage. Nein, nein. Das war die falsche... Was? Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ja, dir auch, Dennis. Danke schön, mein Schatz. Okay, du kannst mich immer anrufen, wenn du willst, ja? Ja, mach ich. Ich hab dich lieb, ganz toll lieb. Oh Gott. Ich dich auch. Du mich auch? Ey, ich mich auch manchmal. Ja. Ich mich auch manchmal, ja? Ja. Ich hab dich vermisst, Kelly. Übertreib nicht, Mann. Ich auch, Dennis. Okay, dann, ich wünsche dir gute Nacht und noch mal frohes neues Jahr. Ja, dir auch. Ciao. Geil, Alter. Hau ab jetzt mit diesem Scheiß-Lölli, Mann. Ich hab 5 Euro bezahlt, Mann. Das ist 20 Cent. Du kannst mir voll auf den Sack mit dem Ding. Dafür mache ich jetzt auch eine Aufgabe. Okay, komm. Komm, 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 komm. Steh auf, steh auf. Was, Alter? Was? Das sind die Bullen. Ich kann doch jetzt nicht einfach, wenn ihr die Polizei umstattet. Ach, das sind keine Bullen. Bro, natürlich sind das Bullen, Alter. Was heißt denn schon mal sonst? Ich geh jetzt nicht drauf. Das mach ich nicht, Alter. Das mach ich nicht. Das kann ich nicht machen. Ich hab keinen Bock hier im Knast zu landen, Alter. Ach, das ist doch nur Jean-Denmarie. Ich lande 100% im Knast, wenn ich so die Scheiße mache. Das ist eine Frau, such dir, Mann. Stell dir vor, die klatschen mir einen, dann krieg ich richtig Ärger, Alter. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen, Alter. Du weißt, dass es viel zu großes Risiko ist mit dem Bullen. Ach, das ist noch kein Münder. Du musst doch nicht vor Münd küssen. Warte mal. Boah, Alter. Sie hat... Oh Gott, das wäre ja noch schlimmer gewesen, Alter. Oh mein Gott. Warte, siehst du dieser Mann da hinten? Oh Gott, Alter. Hast du schon mal mit einem Mann geküsst? Ja, nein, Mann. Ja, dieser Mann. Eine Kollege von mir. Pardon. I need one thing. Drei frau. Stimmt. Super. Würdest du mir einen Kuss geben? Auf der Backe. Ja. Da kann ich gerne. Wenn du mir. Ah, ich bei dir. Gerne. Ich liebe sie. Okay. Mr. Alex. Ich glaube, das ist die letzte Frage, ja? Ich muss irgendwas richtig ganz Böses machen. Tut mir leid, ja? Was war denn deine größte Lüge? Oder die letzte größte Lüge in deinem Leben anwenden? Und wer... Was war denn? Nein, 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 nein. Was ist das? Was ich auf einmal austrinken muss? Was ich auf einmal austrinken muss? Scheiße, Marc geht das zu? Ja! Tati, mach doch mal auf. Lauf, lauf, lauf! Aabe, dur, dur, kapatma! Aabe, kapatma, dur, geljus! Dur, Aabe, wir sind geljus! Kapatma, dur! Ne, 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 ne! Ne, ne, hang, aber... Der ist eine YouTuber da, hier, hm? Der will nicht kommen. Alex, Keige, komm hier! Was denn? Du kannst aussuchen. Entweder FS Extra... Boah, Alter, ich habs den FS, Mann. FS Extra oder eine kleine Flasche Raki. Alter, das reicht, da bin ich besoffen, wirklich. Alter, ist mir egal. Ich vertrage keine Alkohol, Alter. Ich nehm das Bier, Mann, ist klar, Alter. Was passiert dann, wenn ich das... Bist du bezahlen? Ex-Trinker, Alter. Ach, ich muss die Scheiße nur bezahlen, Alter. aber normaler preis 5 euro ja was denkst du ich habe für eine kleine lunde was haben die heute verdient hier nur wegen uns ein 7 prozent weiß was passiert wenn ich das direkt ausdrinkt muss alle okay alex meine strafe das starkste bier 7,5 prozent wie haben wir das geschafft dass ein bier 7,5 prozent ja da steht fs extra was ist das heißt extra was ist da drin wir nur bier ist niemals 7,5 das wodka oder so ein scheiß drin alter ok alter aufwächst und wer ist diese ex will ich mal hören was erzählst du mit dem scheiß auf ex bedeutet auf einmal ich bin in türkei wie heißt sie hallo anna ach du hast mir alles so kalt kennst du das wenn das in den kopf geht also wie eis man wenn du zu viel eis frisst mich ist das die hölle ich denke ich würde bis nicht rauchen du musst eine kippe am stück rauchen alter ich glaube ich kotze gleich ich glaube ich kotze wirklich nicht bravo junge bravo junge und gib mal fünf wir haben geschafft alter komm willst du die tüte haben? trotzdem ok wenn du eine starke bier trinken möchtest in türkei fs extra 7,5 8,5 7,6 8,8 8,8 9,8 8,9 10,7 9,9 10,7 10,8 11,9 11,9 11,9 10,9 12,9 11,9 10 11,9